Yo Leute, was geht? Ich bin Max Bohrer, mache mit meiner ORF-Agentur sechsstellig im Monat und das hier ist, wie ich als 20-jähriger Agenturenhaber lebe. Kommt mal mit, ich zeige euch mal die Grip. Das hier zuallererst ist unser Übergangsauto, ist ein A5. Muss ich tatsächlich sagen, für Zypern ist das völlig solide. Ab Neujahr wird wahrscheinlich dieser wunderschöne Range nicht nur bei meinen Nachbarn und tatsächlich bei meinen Nachbarn nochmal daneben, die haben auch einen Range in Weißen, sondern auch in meiner Einfahrt stehen, ein Range oder G-Klasse. Also das wäre nice. Aber kommt mal mit, ich zeige euch das Ganze. Hier, ich finde, der Eingangsbereich sieht übrigens richtig nice aus. Ich habe, seitdem ich 15 bin, habe ich mir immer gedacht, das wäre echt nice, eine Villa zu haben am Meer. Und ich hoffe, by the way, ihr versteht mich auch gut, weil da drüben ist das Meer, ist ein bisschen windig. Und wir sind jetzt die letzten 18 Monate unterwegs gewesen. Wir waren in Kapstadt, Miami, ich war in Kolumbien, Bali, Thailand, also waren viele unterwegs. Und jetzt war es eine Zeit, wo es halt auch einfach, ich sage es mal, geschäftlich ein bisschen mehr abging. Dass man gesagt hat, okay, weißt du was, lass doch einen festen Wohnsitz holen, lass doch irgendwo einziehen. Also hier, Eingangsbereich, ein Pool. Ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, ob der eine oder andere Firma Minecraft gespielt hat, ich finde diese Blöcke hier, das sieht aus wie bei Minecraft. Also vielleicht wisst ihr, was ich meine, weil alles so quadratisch ist. Pool hat auf jeden Fall eine schöne Farbe. Tatsächlich ist es aber so, dass manche Leute wünschen sich ein Haus mit Pool am Meer. Aber ich war bis jetzt einmal hier. Ich war bis jetzt wirklich erst einmal im Wasser. Und ein Pool wird dann auch dann doch sehr schnell langweilig. Und es ist schön zu sehen, sieht cool auf Videos aus, aber richtig praktisch ist halt so lala. Ja, ich habe selten Zeit, weil ich halt vielen Calls bin und so weiter. Deswegen habe ich selten Zeit, hier reinzugehen. Trotzdem, wenn man mal am Pool gehen möchte, dann dürfen Liegen nicht fehlen. Deswegen haben wir hier ein paar Liegen. Hier, das hier finde ich tatsächlich sehr, sehr chillig. Coolen Gartentisch. Kann man abends, schön Abendessen, hat man hier eine wunderschöne Sicht aufs Meer. Gerade dann, wenn die Sonne untergeht. Das ist richtig, richtig geil. Geplant ist noch, dass hier ein Grill hinkommt. Ich bin tatsächlich frisch eingezogen. Deswegen, ein Grill soll hier noch herkommen. Dann kann man hier geil Sommerabende genießen, mit ein paar Freunden chillen. Und lasst uns gerne mal reingehen. Dann zeige ich euch gerade mehr. Tatsächlich wird ein bisschen Probleme mit der Sofa-Lieferung. Deswegen werdet ihr sehen, es fehlt noch ein Teil vom Sofa leider. Also hier fehlt der Bezug tatsächlich. Das ist ein bisschen ungeil gelaufen. Aber ansonsten, wir haben hier die wichtigsten Sachen. Großer Fernseher. Wir haben hier ein Nintendo Switch. Hier werde ich in einigen Battles meinen Geschäftspartner a la ehrenlos abziehen. Also Nintendo Switch darf natürlich nicht fehlen. Kuscheldecken dürfen nicht fehlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden hier noch ein paar schöne Bilder dran machen. Hier stelle ich mir ein sehr, sehr schönes, großes Ölgemälde. Von Lux Agency vor. Von unserer Agentur. Das ist der Name von der Firma. Hier ein paar Pflänzchen. Wir haben hier auch noch einen Katzenbaum. Für unsere adoptierte Katze Kida. Die gerade draußen in der Wildnis auf Mäusejagd ist. Hier ein paar Schachfiguren. Tatsächlich bin ich immer ein Fan von Schach. Von Strategiespielen. Weil in meinen Augen ist sowas wie Schach tatsächlich sehr übersetzbar aufs eigene Leben. Wenn man sich ja immer überlegt, okay, wo will ich strategisch hin? Genauso wie ich mit 15 die Entscheidungen getroffen habe. Okay, ich will da hin. Dann weiß ich, okay, ich muss diese Moves machen. Und so kann man auch sein Leben durchplanen. Man sagt ja auch immer, ein Anfänger weiß den nächsten Zug. Ein Meister weiß die nächsten 16 Züge. Ist es so? Ich weiß es nicht genau. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Was ich damit sagen will, ist, wenn du einfach weißt, okay, mein nächster Schritt ist, mir ein Skill anzueignen, mit dem ich Geld verdienen kann. Dann ist es eine Firma im Ausland zu gründen, dass das Steuerlicht nicht so ehrenlos ist. Dann ist die Auswanderung der nächste Schritt. Dann brauche ich das, 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 das. Dann wirst du merken, wenn du diese Schritte schon im Vorhinein hast, wenn du ein Blueprint hast, um an deinen Traumleben zu kommen, optimalerweise lernst du was von jemandem, der genau das hat. Dann wird das richtig schnell gehen. Deswegen Schachfiguren einfach als Erinnerung, dass man sein Leben ein bisschen durchplanen sollte. Ansonsten Küche. Ich stehe da ehrlicherweise seltener. Ab und zu mache ich mir meinen Kaffee in der Früh. Ich stehe aktuell immer so tatsächlich gegen sechs auf. Ich wache immer früh auf. Oder hier aus dem Kühlschrank hole ich mir eine Cola Zero. Ansonsten gibt es hier nicht so viel Spektakuläres. Gäste-WC-Projekt wahrscheinlich auch nicht zeigen. Was ich euch zeigen kann, ist dieser wunderschöne Affe. Schaut ihn euch an. Hier kommen immer Schlüssel und so weiter rein, weil Schlüssel kann man immer schnell verlieren. Lasst uns gerne gerade in den zweiten Stock gehen. Ich kann euch gerade noch die anderen beiden Geschosse zeigen. So einen Grill will ich auch, wie meine Nachbarn haben. Das ist immer... Die sind geil. Ich glaube, das ist ein Gaskrill. Der ist auch nicht so aufwendig, um den halt immer sauber zu machen. Herzlich willkommen in meinem Büro. Wie ihr seht, wir haben hier einmal ein Bügeleisen. Ich habe gerade eben ein YouTube-Video gefilmt und das Stativ fehlt noch. Einfach, weil wir frisch angekommen sind, die Zeit ehrlicherweise noch nicht so richtig da war. Aber ich denke, nicht ein Problem, sondern eine Lösung. Deswegen mein Stativ. Ansonsten eigentlich so die meiste Zeit meines Tages verbringe ich hier in meinem Büro. Hier fehlen noch ein paar Sachen. Es ist noch ein bisschen Hallig. Teppich soll noch reinkommen. Vielleicht hier ein Bild, LEDs. Was ich sehr cool finde, ist ein... Das habe ich gerade eben fast kaputt gemacht. Also wenn ich noch ein bisschen hochgefahren wäre, hätte ich mein wunderschönes Stativ sowohl wie meine Kamera, als ich die zerstört. Also auf jeden Fall back to topic. Schreibtisch, mega geile Sache. Dann kann man auch im Stehen mal arbeiten. Ist auch besser für den Rücken. Besonders schön ist es auch einfach mit dieser Aussicht zu arbeiten. Das habe ich mir früher auch schon immer gedacht. Einfach mit Aussicht, mit einer geilen Aussicht arbeiten. Calls machen, dass die Energie auch noch gleich viel, viel geiler. Weil ich weiß, dass viele Leute, gerade auch in meinem Alter, oder viele Leute denken jetzt, okay, der Typ ist 20. Hier liegen ein paar Uhren rum. Zeige ich euch gleich noch. Der hat es jetzt geschafft. Und der chillt jetzt am Pool den ganzen Tag. Ist aber nicht so. So, das ist jetzt 1%. Das wird jetzt Vollgas gegeben in den nächsten Jahren. Und auch wenn ein Pool da ist, auch wenn es gerade sonnig ist. Ich glaube, wir haben jetzt gerade 30 Grad. Anfang Oktober lässt sich aushalten. Die meiste Zeit verbringe ich hier. Und bin halt am Arbeiten und verfolge halt meine Ziele. Jetzt werden die Uhren schon hier liegen. Kurze Uhrensammlung. Ich habe mir ein paar geholt. Die hier habe ich mir. Das ist eine Katje Santos. Die habe ich mir in Kolumbien geholt. Vor einem halben Jahr oder so. Das war meine zweite Uhr. Das hier war meine erste Uhr tatsächlich. Eine Dayjust. Schönes blaues Dye. Ich glaube, das sieht man in der Sonne. Kann man das noch ein bisschen besser sehen. Wunderschönes Blau. Trage ich tatsächlich immer noch gerne. Ist eine coole Alltagsuhr. Was haben wir noch da? Wir haben hier eine GMT. Die sieht in meinen Augen sehr schön aus. So in der Sonne. Das glitzert und funkelt richtig schön. Absoluter Geheimtipp für alle Leute, die Uhren tragen. Schaut euch das mal an. Normalerweise würde man jetzt hier durchdrehen, wenn man so eine Rolex einfach hier so drüber scratcht. Aber ich habe hier so eine Geschützfolie von Protect Your Watch. Da bin ich Kunde. Sehr geile Sache. Sieht man nur, wenn man ganz genau hinschaut. Aber meine GMT wäre auf jeden Fall deutlich verkratzter. Ich gehe mit den Dinger nicht so sorgsam um, als sie jetzt ist. Dann noch kurz die anderen paar Uhren. Hier ist nichts drin. Was haben wir hier noch? Eine Daydate. Gelb-goldene Daydate. Tatsächlich trägt meine Freundin die großteils. Ich trage die selten. Aber auch sehr schöner Verschluss. Und meine neue Uhr, Opa-Uhr, tatsächlich ist die Patek. Mein erster Patek Philipp. Sieht wunderschön aus. Sehr schönes Gelb-gold. Ist was anderes, ganz klar. Auch geiler Glasboden. Habe ich mir gerade frisch gekauft. Sehr schöne Uhr. Okay Leute, lasst uns gerne weitergehen. Ich habe ja ab und zu Gäste da. Wir haben ab und zu den Max hinter der Kamera da. Oder man hat mal Kunden vielleicht da. Oder Besuch ist einfach da. Deswegen haben wir auch ein Gästezimmer. Das, wie man hier sieht, das wird gerade noch bewohnt. Wir haben hier einen Schreibtisch. Wir haben hier eine Couch, die kann man ausziehen. Passt vollkommen für einen Gast. Das werden wir noch ein bisschen schöner machen. Ich möchte natürlich meinen Gästen nur das Beste bieten. Aber auch für die Gäste. Blick auf den Pool, Blick aufs Meer. Besonders schön, wenn man gerade aufwacht. Das ist natürlich eine coole Nummer. Was ich auch besonders geil finde, ist, dass man einfach drei Bäder hat. Wir haben drei Bäder. Der Gast hat hier ein eigenes Bad. Komm, ich zeige es dir einfach kurz. Nichtspektakuläres. Hat einfach Bad, Zahnbürste, Dusche. Aber das ist einfach eine coole Sache, dass wenn man Gäste hat, dass die Gäste einfach ihre Ruhe haben. Und vor allem auch, wenn man sowas hat wie gestern Abend. Wir waren noch tatsächlich mit jemand anders, der aus dem Softwarebereich kommt. Haben wir auch Abendessen. Immerhin sehr, sehr gut Geld. Habe ich gerade frisch kennengelernt. Das ist sehr geil, wenn man einfach zum Beispiel abends ein Köpfchen Shisha raucht, mit coolen Leuten chillt, viel trinkt. Also ich trinke kein Alkohol, basically nie. Aber da müssen alle Leute auf Toilette. Und es ist einfach cool, drei Bäder zu haben. Und nicht, dass man dann irgendwie Warteschlange steht, wer als nächster aufs Klo darf. Das Schlafzimmer, das werden wir jetzt mal nicht zeigen. Ich habe gerade eben gesehen, da schläft gerade jemand. Das kann mal vorkommen, natürlich. Ansonsten lasst uns gerne weiter hochgehen. Hier habe ich noch was richtig, richtig Cooles vor. Ich denke tatsächlich von da oben, da werdet ihr noch ein paar richtig, richtig coole Videos sehen. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da. Hier gibt es zwei Türen. Diese Seite, schöne Aussicht auf diese Bananenplantagen und auch aufs Meer. Aber das, was jetzt wirklich interessant wird, ist diese Seite. Kommt mal mit. Das ist unsere Dachterrasse, weil, wie ihr schon seht, man hat hier eine wunderschöne Aussicht auf die Berge und auch aufs Meer. Und das, was wir machen wollen, ist folgendes. Und zwar, wir wollen hier noch so eine coole Couch hinmachen, gegebenenfalls sowas wie eine Shisha-Lounge hier hinmachen. Couch, patschellige Gartenmöbel, Musikbox. Ein, zwei Pfeifen, Zigarren, sowas in diesem Stil. Und dann kann man hier einfach diesen Sonnenuntergang genießen. Mit wunderschöner, mit wunderschönen Blick aufs Meer, auf die Berge. Einfach ein paar gute Gespräche haben. Eine gute Zeit haben, weil auch bei all dem Geld, das wir machen, was wir verdienen, das Wichtigste. Und das, was immer noch das Geilste ist, ist einfach mit seinen Jungs da zu sitzen. Ein bisschen lachen, über Geschäfte reden, eine gute Zeit haben. Und da ist halt einfach dieser Platz hier oben perfekt. Das wird noch schön gemacht. Das werde ich euch wahrscheinlich im nächsten Vlog zeigen können, wie das dann aussieht. Und das war es mit meiner Wohnung, mit meiner Villa. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vielleicht hat es euch einen Motivationsschub gegeben. Deswegen, auch wenn ihr junge Leute seid, ich bin selber erst 20, gebt Gas. Lasst euch nicht erzählen, dass sowas irgendwie erst mit 40 machbar ist. Das kann man mit 20 machen, easy. Das ist einfach ein paar Jahre aufs Gas geben. Ein Businessmodell haben, was Sinn macht, was funktioniert. Und dann kann man sich sowas ermöglichen. Wir haben Klienten, tatsächlich aus unserem Mentoring-Programm. Sheriff heißt der, 20 Jahre alt. Der ist jetzt auch noch Zypern gezogen, auch gerade hierher. Wir haben einige Leute, die kommen gerade hierher, holen sich coole Wohnungen. Also habt das vor Augen. Es ist möglich, auch wenn du ein junger Kerl bist, du brauchst eine vernünftige Anleitung. Du brauchst jemanden, wo du einfach weißt, dem kann ich vertrauen. Der hat das, was ich will und der kann mir das zeigen. Dann setzt das um und dann kann auch sowas in ein paar Jahren deine Realität sein. Und Sheriff zum Beispiel ist nicht der Einzige. Der hat in ein paar Wochen mit dir die 20.000 gemacht. Wir werden das Video hier auch einmal einblenden. Kannst dir gerne anschauen. Ich würde dir grundsätzlich empfehlen, schau dir das alles an. Du musst mir jetzt nicht blind glauben, sondern schau dich auf unserem YouTube-Kanal um. Da erfährst du genau, wie ich mein Geld verdiene mit der Agentur. Da erfährst du genau, wie unsere Coaching-Klienten Geld verdienen. Wir haben mehrere Leute, die machen fünfstellig im Monat auch in ihren 20ern. Also einfach in einem jungen Alter machen die sehr, sehr viel Geld. Deswegen schau dir das alles an, wenn du sagst, okay, du hast Bock auf einen konkreten roten Faden. Du möchtest wissen, wie ich mir das hier alles ermöglicht habe. Dann kannst du auch gerne ein Abo dalassen oder direkt auf den Link unter dem Video klicken, dich zum Erstgespräch eintragen und dann können wir uns mal unterhalten und gucken, wie wir dir dabei unter die Arme greifen, deine Traumvilla zu vermöglichen mit einem Online-Business. Bis zum nächsten Mal.